ich weiß ich weiß nicht wie die aussehen also scheißegal jetzt mach das jetzt einfach mann schwanz fick man virtual reality ist es schon wieder pokémon? neee ich hab vor als wäre jetzt sonne gewesen da hab ich keine ahnung sind das die drei bären mit kardli? wie macht man das denn jetzt am besten? es ist doch erleuchtung zeugen jehovas scheiße scheiße ich wollte das mal nehmen aber ich weiß nicht wie das zeichnen soll ich dachte zuerst das wäre ein schlüssel ja der soll halt sowas sein aber der hat das halt ja wer ist das dann? das ist nicht fick scheiße ich weiß nicht wie die aussehen ich hab das noch nicht geguckt mann chili ja 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 der berg ja ich dachte so der ist doch so nuklekt ich glaub ich muss mir Drogen nehmen dafür ja ich auch was los mit euch? geil hä? was? habt ihr das nicht gehabt? fußpilz? ja doch aber fußpilz aber das ist doch ein pfeil ja das ist irgendwie ein Streichholz am Zehennagel nein nein du zieht das raus also ach ein splinter ach Gott nein was? pinz ich dachte das ist ne flamme ja ich auch ich dachte da ist irgendwie so ein Streichholz am Zehennagel drin da waren die hier voll dann war eine offensichtlich die Anspielung einer Splinter zehflamme zehflamme ich feier zehflamme ok aber das ist nicht die Drogen die 3 aber ja sind sie Flips ja 2. Platz ja ich war die ganze Zeit und sie Dritte ey du willst nicht du willst nicht sagen ich mich wegen dieser letzten Gute schon wieder mit 15 Punkte verloren habe auf dem 2. Platz wie geil ja mit 15 Punkten ja nochmal einfach die Privatwunde jetzt gehen wir jetzt hier rein so soll ich die Soll ich dich jetzt trollen und dir das Wort verraten? Nein, ich muss es alleine schaffen. Das ist ein bisschen abstrakt gedacht. Schlafen ist es nicht, oder? Es ist kein Fake, das hier, das ist wichtig. Mann, ach schau mal was ist hier, es ist kein Fake. Realität, Echtheit. Ja, er erzählt halt eine Geschichte, die niemand glaubt ist, aber er betont halt, dass er sehr wohl stand. Und in seiner Geschichte stand er halt rum. So, ja. Tricky. Mann! Mann, du kannst den ganzen Duck eingeben. Ach, scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Also, ich hätte hier Ivo-Käsen-Frisur, aber das mach ich mal besser nicht. Mann, Gott, das ist so ein Gammelwort. Wenn ihr jetzt Ivo-Käsen-Frisur genommen hättet es ja nicht. Gibt ja auch Afri-Frisuren-Spiel, ja. Ach, warte mal. Ne, ne. Ähm. Ne, warte mal. Ja, ich hab's schon vorgegeben. Ist das sowas? Sowas, ja. Nur halt anders formuliert. Ich hab mir... Ja, okay. Ich mein's halt an. Mann, ich bin Letzter. Lögen. Ne, aber ich bin nur Luz. Irgendwie erst werten wir, als du Letzter bist. Ne, warte mal Letzter. So. Ja, wenn mal drei Leute sind, dann kann's auch schnell passieren. Von daher. Ah. Was ist das? Was? Was soll ich damit schon wieder anfangen, Jesus? Was? P-Pennre. Ja, aber hä? Das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht aus... Hä? Willst du mich verarschen, dieses? Wow, ey. Alter! Dumm war das denn, ey. Drecki ist choosing your word, oder? Ja? Ja, wohl. P-Pennre. 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 Ja, oder. Da, ja. Das ist nicht Hahn. Ne, das ist, also... Das ist auch nicht... Nein, das ist auch nicht nech. Auch nicht Zunge. Doodle jump! Jaa, überlegen, überlegen, Mann! Das kann man schaffen, dass das passiert hier. Ach, warte mal. Jaaah! Da, ja. Ich bin leider nicht selbst von dir beeindruckt. Es ist, dieses ist, dieses ist. Ich bin heute wirklich von dir beeindruckt. kriegst du es hin kriegst du es hin das ist kein autismus keine sorge das ist nicht stumm ich wollte da sprechen vor dem nadel im heuhaufen zum zehn millionen mal zeichen es hat was mit dem wort zu tun versprochen aber ich muss dafür das mal kurz kommentieren das ist folge 15 und du musst für folge 15 die ganze zeit solche sachen zeigen er macht gerade sachen mit ihr aber er wünscht sich so eine gedankenlase er wünscht sich eine spezifische sache und zwar und dann und dann das ist ihm zu er hat da zu wenig er hat da zu viel freiraum zu viel freiraum hat er da mehr engel es war eine sache war er wünscht sich mehr enge hat doch jetzt gesagt ich dachte du kannst jetzt wieder hören hast du doch gesagt du kannst jetzt wieder hören oh mein gott also ich bin ehrlich ich check sie denn das keine würdige 50 folge ist dann weiß ich auch nicht ich habe mich doch safe einfach absichtlich auf stunden ich bin nicht auf stumm und ich habe nicht gewonnen er noch so eine dreierrunde oder noch als zwei oder so können die scheißrunde auch danach ist alles möglich oh mein gott wie heißt es was warte mal warte du willst ich verarschen ja man könnte ich mal so nach 50 freuen hat man die wichtigsten wanderer da durch ne ich hätte jetzt noch auch säbel und homer sind ja ich wusste aber was ich homer schon mal gezeichnet habe also ne nein nein es ist okay es ist nicht felsen ich dachte es ist wieder felsen bist du beschissen oder hart ich hab sogar den ender ist close ich wollte wenigstens mal versüßt ich hab sogar den ender ist close ich wollte wenigstens mal versüßt Jocko zu den Finneas und Berti zeigen euch wie es geht aber ich muss da bloß einteilen, das ist echt das ist das kleinste und einfachste Puzzle der Welt das kleine Fotowunder mann, wie nah die Punkte aneinander sind das kann jeder gewinnen ne, das ist nicht ne... wie heißt das denn? hä? hä? ich komm nicht drauf es ist nicht Big Japan Big Japan was ist denn für ne Scheiße? ich glaub das ist ja das Filmlogo von Target warte mal, warte mal, warte mal LV, also eindeutig TV14LV oder TVMA LV Big Target Big Kage Big Kage ich würde fassen warte, das ist... oh mein, als ob das wieder das ist naja, ich komm nicht drauf ich komm nicht drauf ich wollte auch irgendwas mit losnehmen ja, dieses... ich glaub das Wort hat mir jetzt das LV ach, oh mein Gott mein ja, gut, meine OP-Runden haben sie nicht mehr du hast das, du hast vorhin das ganze Mal gewonnen, weil jetzt gut bei dir ist die Luft draußen dann muss ich doch, ja bei mir sowieso ja, jetzt aber hier eher zugeduld der will nochmal aufdrehen du bist bei dieses Target-Logo einfach nur, let's was ist das, bitte? Pikamon chaotisch Junge, was ist denn das hier forz dich in die Luft? oh mein, hey, was? was? Burg, Riese, Zerstörung, Turmsinne, Turm es kommt auf die Kombination beider Wörter an Turm, oh wow wow die sind manchmal echt gemein so, ich würd sagen, wir beenden uns jetzt mit dem Wort und dann ist es auch gut so nein, das ist nicht Aprikose anbind ich weiß nicht, wie ich das jetzt zeichne oder das Spanierlich dos nein, das ist nicht Einhorn ja, wenn es nicht Einhorn ist, was ist es dann? ach so, scheiße ja, na also zweihorn das ist also richtig gut ja, was ist denn das? nicht nah, nicht nah, karl nein, auch nicht nah, karl nein, auch nicht nah, karl die ist jetzt wieder gewonnen die ist jetzt noch zweimal gewonnen die ist jetzt noch zweimal gewonnen so, damit beende ich's bis zum nächsten Mal, ciao das war's das war's das war's das war's